Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier vom Reitstall. Wir sind unterwegs auf unserer großen Sommertour. Für euch ist es das zweite Video. Das erste Video habt ihr vielleicht schon gesehen, das kamen die letzten Tage, war in Pforzheim und da werden wir erst noch hinfahren, weil Pforzheim ist quasi schon unser Rückweg. Heute ist für uns der erste Tag und wir sind, wie ihr vielleicht sehen könnt, im Holiday Park in Hasloch. Ich bin mit der lieben Sarah da. Hallo. Die macht die ganze Tour mit und wir sind jungfräulich, was den Holiday Park angeht und sind mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Auf jeden Fall ist ja Big FM GeForce die Achterbahn da, die ganz cool sein soll, dann noch Skyscream und noch ein paar andere coole Attraktionen. Das schauen wir uns jetzt mal an, nehmen euch mit und zeigen euch den Park. Sarah studiert den Parkplan. Und wo gehen wir jetzt? Sarah studiert den Parkplan. Und wo gehen wir jetzt hin? Und wo gehen wir jetzt hin? So weit bin ich noch gar nicht. Ja toll, das klappt ja super. Du bist zu schnell. Komm, wir gehen jetzt erstmal einfach rein und lassen uns mal überraschen, was der Park so für uns bereithält. Also bisher sieht hier alles wirklich sehr schön aus, sehr gepflegt und der Parkplatz hier war jetzt auch überhaupt nicht voll. Also wir sind hier an einem Sonntag und ja, der Parkplatz war vielleicht zu einem Viertel voll. Der Park hat das schon über eine Stunde auf. Von daher, wir sind einfach mal gespannt, wie die Wartezeiten so sind und ja, haben jetzt auf jeden Fall erstmal einen schönen Tag im Holiday Park. Mal zum Bollerwagen? Oh ja, ziehst du mich? Nein. Warum sollte ich dich ziehen? Du kannst mich ziehen. Oh, guck mal, da sind sie. Ich glaube, da fassen wir aber gar nicht rein. Warte, warte, warte. So fett für Bollerwagen. So fett für Bollerwagen. Ist das nicht schön. Ist das nicht schön. So und jetzt hier einmal das Fontänen-Spiel. Los. Komm, gib mir die Kamera auf den Schuh. Bei meinem Glück, nee. Bei meinem Glück kriege ich das voll ab. Aber es wird bei dem Wetter super angenommen. Mal später, bevor wir fahren. Natürlich. Holiday Indo. Aber gehen wir erstmal links rum, oder was? Da ist nämlich schon die G-Force und das da hinten ist das... Ne, das ist die G-Force. Ach, wir schauen mal. Wie gesagt, keiner von uns war hier. Wir werden einfach mal gucken, wie weit wir unter dem Park dran kommen. Hier. Was ist das denn? Guck mal, die Raftingboote sind leer. Bei dem Wetter sind die Raftingboote leer. Nicht, dass die geschlossen ist. Na... Ich weiß nur, also das wurde hier irgendwie neu thematisiert. Als dieser Dino-Splash. Und da kommt das nächste leere Boot an. Das wäre auch hart. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass bei dem Wetter irgendwie alle Boote voll sind, oder? Aber es ist vielleicht noch ein bisschen früh. Bisschen früh, aber es ist schon ein bisschen warm. Ja, das stimmt. Oh, guck mal da hinten. Da fährt sie. Und das nächste leere Boot. Ja, da werden wir mal gucken, was da Sache ist. Ich weiß nicht. Wie Nos ist Dank, dass das Leere Boot kaputt geht. Wenn ihr habt ein paar Shove mit海ang zu� eraiet. Horror und unseren Haare charities��imeter nach, und auch Die. Neue ist sie foolish. Daseller kommt unseren Eternally Ü팅. Wir smarten Menschen im Grillen. Boom! Über existed! Bis zum nächsten Mal. So, und dahin sehen wir gerade, der Dino-Splash ist entweder noch zu oder hat gerade wieder zu. Auf jeden Fall, die Boote fahren, hat die ganze Zeit leer. Ja, die Leute warten. Vielleicht wird es ja erst noch eröffnet. Und das sind alles nur Testfahrten. Aber eigentlich könnten die auch mal langsam aufmachen. Es ist nämlich wärm. Egal, dann gehen wir erst mal weiter. Und ja, die Schienen von G-Force, die lachen uns gerade so an. Ich denke mal, wir werden jetzt mal gucken, wo denn diese Bahn startet. Und dann so zum Anfang mal eine Runde G-Force fahren, oder? Und Sarah, was würdest du sagen? Wir sind jetzt hier ein paar Minuten durchgelaufen. Also voll ist es nicht. Absolut gar nicht. Wenn du mal auch gesehen hast, wie wenige Leute vor dem geschlossenen Dino-Splash standen. Das war echt noch human. Das ist sehr wenig los heute. Ja, sehr schön. Und das an einem Sonntag. Heute ist der 12.6. 11.6. Und das bei dem Wetter. Ja, bei schönstem Wetter. Ja, bei schönstem Wetter. Ja, da rauscht sie. Für das erste Mal Expedition, nee, nur G-Force. Die gewählt zur besten Achterbahn der Welt im Jahr 2004. Ja, auf jeden Fall sieht sie sehr vielversprechend aus. Ich glaube, dieser First Drop sah schon sehr nett aus. Wir sind gespannt. Erste Reihe, bitte. Erste Reihe, bitte? Ja. Boah, Steigung. Alter, guck dir das mal an. Boah. Aber hier musst du auch aufpassen, dass du nicht rasiert wirst, weil die Bahn fährt hier quasi direkt in deinem Kopf vorbei. Und wir müssen gerade feststellen, glaube ich, es ist nichts los. Also wir können hier einfach durchlaufen. Da steht noch ein Automat mit koffeinhaltiger Getränkeangebot. Die Station ist komplett leer. Die ganze Station ist leer. Wir haben es 11.30 Uhr, glaube ich. 11.20 Uhr. 11.20 Uhr, ja. Und ja, Wagen 1. Gib ihm! Und ja, Wagen 1.20 Uhr, ja. Sarah, wir müssen ganz schön lange warten, ne? Ist auch ziemlich voll, wenn ich mir das hier so angucke. Ziemlich. Alter, alter. Guter Tag heute. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Guck mal, unten eine richtige Aussparrung für die Klöten sind auch endlich mal mit dabei. Sehr gut. Let's go to... Ist es doch Expedition GeForce? Ich hatte eben gedacht, Expedition wäre falsch, aber... Oh mein Gott, es geht los. Guck mal, wir werden hochgezogen von dem Ding da. Hui! Das geht ja schneller hoch, als manche runtergehen. Oh je, oh je. Ich muss nichts überlegen, weil ich da jetzt schreie, ja. Wuhu! Alter! Wuhu! Ah! Ah! Oh, ho, 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 ho! Wuhu! Oh! Oh, geil, das ist heiß, Alter! Au! Alter! Ey, mir ist sowas voll, ist vor's Gesicht geknallt. Aber ist hier so eine Vogel vor's Gesicht geknallt? Shoutout an Mareike und Chris. Ah! Oh! Das würde ich sagen, eine von der geilsten Achterbahnen fahren wollen. Okay, also 2004 die beste Achterbahn läuft. Ja, unterschreiblich. Also der erste Drop ist ja mal... Ja, aber auch der Rest. Die Höhe finde ich schlimmer, stellenweise. Ja, da reißt es dir das Höschen raus. Boah! Bist du auch noch alle? Ja. Alter Falter! Die ist schon echt richtig gut. Also die ist ja, wie gesagt, schon zur besten Achterbahn 2004 gewählt worden. Und alter, ich weiß warum. Also dieser First Drop, wer von euch Konda kennt im Volibee Belgien. Die hat einen ähnlichen First Drop, aber den finde ich noch einiges intensiver. Aber was, nee, dürfen wir gerade leider nicht filmen, aber... Oh, das ist das Foto, wo mir die Fliege vor den Kopf geflogen ist. Okay, sehr schön. Ja, das ist, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, Shoutout an Chris und Mareike. Die hatten nämlich im Europapark, oh Gott, wo war das? Auf Bluefire beim Launch hatte nämlich die liebe Mareike das, ja, eine kleine Taube, die hier entgegen geflogen ist, Taubsi. Und diesmal war es, was hast du für ein Viech gehabt? Ich habe einen Insekt, ich weiß es nicht. Ja, bei irgendwas Großes, vielleicht eine Hummel oder so. Aber auf jeden Fall, ich zeige es hier euch nochmal ganz kurz. Das ist die Bahn. Boah, und... Oh, wenn ihr das... Ich habe hier noch einen Tata. Alter, also das ist eine Adrenalinschleuder, die fahren wir auch bestimmt heute noch zwei, drei Mal. Mit Sicherheit. Die haben jetzt auch gewartet quasi, bis der Zug voll wird, weil da ist... 60% sind noch leer. Boah, also ich kann nur sagen, erste Achterbahn, erste Attraktion für heute, ja, der hat direkt geliefert. Also, ja, ich habe mir vorgestellt, dass die geil ist, aber das... Mega. Alter, siehst du, was da eben gestanden hat, oder was da immer noch steht? Doppelcoaster Marathon Day and Night 2004. Das sind King of Rollercoaster, genau, Richard, Richard oder Richard Rodriguez ist die gefahren. Wart 24 Stunden lang, Alter, wir haben nach dem ersten Mal schon Tata, aber... Guinness World Record, Achterbahn, Doppelcoaster Marathon Day 2004, Richard, Richard, Richie, Rodriguez, King of Rollercoaster, Alter. So, nach der ganzen Action haben wir uns gedacht, schauen wir uns mal hier dieses Wikiland, heißt es glaube ich, an. Das ist, wenn ich mich nicht irre, noch einer der neueren Themenbereiche hier, mit so einem, wie heißt der, Disco, ne, ja, hier, die Achterbahn, nein, wie hieß die nochmal, Disco Jet, nein, ach, die Scheibe da halt, ne, die Achterbahn da hinten. Eben wusste ich es noch, mir fällt es gerade nicht mehr ein, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal das neue Wikiland an. Musik 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 Und hast du mal geguckt, wird man nass? Nee gar nicht Die ersten sind immer ordentlich Wasser im Gesicht Oh Aber ich glaube bei den Temperaturen können wir das machen, ne? Also einmal Vicky Splash Einmal Vicky Splash Los Sag mal, wer parkt denn hier? Ist hier nicht Halteverbot? Wenigstens ist das Auto so dreckig wie meins Nee, da ist es schlimm Nee, mein sie schlimmer Hier ist einfach nix los, selbst an der Wasserbahn Schön für uns Haben wir uns den perfekten Tag ausgesucht Schön für uns Schön für uns Ja Es ist ja generell ein sehr grüner Park Irgendwie ein Park mitten in den Wald gebaut Das ist schon sehr schön Das ist ja gar nicht so unhoch, ne? Huuuuaaaaaaah Ja, scheiße Ohohohoho Ohohoho Okay Wie war das? Der kleine Der kleine Drop ist immer die Sau Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Er hat noch nicht mal versteckt Er hat noch nicht mal versteckt Merde Guck mal, alle sitzen bleiben, nicht Party machen Boah Es läuft mir das ganze Bein lang jetzt Jaaa Enjoy Lehn dich nach hinten Oh, guck mal wer der ist Boah Guck mal wer der ist Ja Was meinst du? Ah Oh, das ging Ja Ja War schon wieder dunkel, Alter Boah Das kam überraschend Boah Alter Guck mal wer der ist Hehehehe Aaaaaaah Okay War doch nicht so schlimm Ich habe noch nie eine Wildwasserbahn gefahren, die Schläge verteilt, aber diese tut es Heieiei Aber guck mal, ist echt schön, den feiern wir gleich Wie heißt der? Skyflyer oder Skyfly? Keine Ahnung, bin ich noch nie gefahren Es ist einfach fly Huiiiii Es ist einfach fly Oah Oh Gott, oh, schon wieder ein Schlag Ahi, aber das kannst du ganz alleine fahren Da Es ist kein Skripen, ja Das ist richtig Nee, das ist schon okay Oh Gott ja danke dass ihr zugeschaut habt sitzen bleiben ach okay gute idee aber der war nicht so schlimm das war nur spritzwasser ja das war nur spritzwasser und wie immer kann man sagen der erste kleine job ist immer die sau in solchen dingern ich wurde benutzt aber trotzdem sehr lustig sehr cool gemacht das wiki thema gut mit umgesetzt ich meine wenn eine attraktion zu wiki passt dann ist es ja wohl eine wasserbahn hat auf jeden fall viel spaß gemacht genau wobei aber wie gesagt ich habe noch nie eine wasserbahn erlebt wie so viele schläge verteilt mein gott aber trotzdem war schön so und jetzt gucken wir mal wir haben es von oben gesehen wie gesagt ich bin mit den namen diese vertraut ich denke ich glaube die dinger heißen sky fly oder wie auch immer dieses ja dieser näher war generell vom typ heißen die dann so gibt es jetzt auch ab ersten juli im toberland und bin ich noch nie gefahren so ein teil da kann man ja selbstständig quasi die überschläge steuern und das probieren wir mal aus oder mal gucken wie wir überhaupt einschaffen ja und wie schlecht uns danach ist da ist es wie gesagt wie heißen die sky glider sky fly irgendwas keine einung ja hier steht sky fly etc den werden wir jetzt auf jeden fall mal fahren und wenn wir da jetzt an diesem baum vorbeigehen dann sehen wir das ganze ding nämlich auch noch mal der vollen bracht oder kütter da kütter und dahinten mal dahinten mal dahinten erahnt man schon die zweite großart da waren im holiday park sky screen die werden wir auf jeden fall gleich auch noch 1 2 3 sky fly der sara alte rotationsspezialistin 20 stück 10 mit mal gucken ob ich einen einzigen schaffen mal gucken ob ich mich traue überhaupt das ist doch immerhin hoch ladies and gentlemen herzlich willkommen bei er mal den acht gestanden jetzt erst mal die bewegung gewöhnen wie gesagt es ist mein erstes mal es tut immer weh alter sehr ungewohnt oh gott oh gott oh gott ist das nicht eigentlich ein kinderfahrgeschäft ich glaube ich mache ja gar keinen überschlag so und dann so verdammt ist der axt dabei das ist mir her wohl wenn man es richtig anstellt hey komm im stehen schaff ich dann auch nicht 20 hast du 20 danke für die tasche er kommt ist wie er wohl wenn man es richtig anstellt also ich bin es noch nicht gefahren du glaube ich auch nicht das tolle anklickt jetzt sie gesagt hat er ist die juli so ein ding ich glaube ich glaube ich glaube ich das heißt das oder so ich kann mich auch irren aber das ist echt cool gerade auch wenn du da irgendwie am höchsten punkt ist und dann den schwung mit nimmst und quasi ich stand glaube ich einfach nur auf dem kopf ich stand nur auf dem kopf und bin dann runter da so geil also tovalenta oh gott ich habe schon wieder ein tattrinken tovalenta stellt ihr euch auf jeden fall was ganz schönes in dem park da freuen wir uns drauf und dann sind natürlich auch anna und daniel wieder mit dabei shoutout an die beiden lieben lieben gruß und ja wo ich gerade wo ich gerade an anna denke guck mal meinst du das ding da hätte anna auch spaß gemacht der skyscreen der nehmen wir jetzt mit oder auf die station so wir stehen jetzt gerade vor skyscreen da steht zugang ab 14 jahren also ich weiß warum sara weiß nicht warum in diesem sinne ich wünsche euch viel spaß an sarah zeig mal was da drin so ab geht das ist auch anders machen ein bisschen angst warum hast du angst das kann ich nicht die sind zu schnell Hey, komm, Marti. Ich freue mich schon auf Halloween. Ja, Halloween! Ach, das bin ich. Oh Gott, das war ich. Sorry. Missverständnis. Ah, das sieht schon geil aus hier. Was hast denn jetzt gehabt? Nur ich? Darf ich nicht mehr reden? Och, schade. War der immer der richtige Eingang, oder? Front Row, ja klar. Och, schade. Nee, ich glaube nämlich, ähm... Ich dachte jetzt, sie erschrecken uns. Ich glaube tatsächlich, dass da eigentlich noch so ein paar Dinge angehen. Aber jetzt wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist das der Grundpamonet aus der 14, da rein darf der Wartebereich. Nicht die Fahrt, sondern das davor. Das war jetzt gar nicht so schön. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ach, keinら! Ach! Ach! Ach Alumni, ach! Ach, krawl, hallo, haha? Ah! Anthony, wir sind einfach nicht, wer sagte! whoseienst! Ich glaub wir sind auf ein Brettchen aufgefahren. Sarah, geht es noch? Die ist heftig. Oh Gott. Erstmal hier raus. Okay, eine Sache sagen wir jetzt erstmal. Genau, wenn der Park eins kann, sind das Achterbahnen, die weg mich für den Speedfahren. Die ist krass schnell. Also die ist kurz, aber knackig. Kurz und intensiv. Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, weil ich besser ist. Nee, also ich find dann schon GeForce ein bisschen besser, weil die einfach länger ist. Aber sie ist halt ganz anders und cool. Also allein schon für die beiden Bahnen und den Skyfly, da lohnt sich die ganze Geschichte. Die Wildwasserbahn war auch cool. Jetzt machen wir erstmal ein kleines Päuschen, trinken was, essen was. Und ich glaub dann schauen wir uns mal in der Halle um. Mal ein bisschen aus der Mittagssonne raus. Weil da steht ja auch noch eine Achterbahn. Eine Indoor Achterbahn mit dem Theming von Tabaluga. Ich glaub ein Powercoaster. Und dann schauen wir auch mal drin, wie es da so aussieht. Und jetzt ist der kleines Päuschen. Ja. Guck mal da rechts. Hat er doch auf, der Dinosplash. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal was essen und was trinken. Dann Tabaluga rocken und dann Dinosplashen. Nein, das ist ein Rafting. Ein Rafting, Entschuldigung. Die Wildwasserbahn hatten wir eben. Ich muss noch lernen. Ja. Heißt das sag ich denn so? Wie heißt das? Skyglider, Fly, Flu. Wir lernen heute beide noch so viel dazu. Oh Gott. Oh Gott. Ah, jetzt sitzen auch die ganzen Leute drin. Mal gucken wir ja. Kommt. Oh, und da hinten sind auch Kanonen. Ja, oh, da geht's ab. Zu weit weg. Ja, die haben Glück. Oh, ich glaub das klingt so hoch. Oh je. Okay. Hey. Man wird nass? Ja. Im Bait hier? Kleine Bait hier? Kleine Bait hier? Kleine Bait hier. Oh Gott. Oh, da hinten ist Paw Patrol. Ei, 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 ei. So, wir werden jetzt herausfinden müssen, ob das der Eingang ist oder ob das nur ein Shop ist. Holiday Indoor. Ich denke, da müssen wir rein. Lass es uns versuchen. Ansonsten müssen wir shoppen. Ich kann nur früh shoppen, tut mir leid. Ne, das sieht gut aus, glaub ich. Ne, das sieht gut aus, glaub ich. Vorbei an den Waren. Hui. Ja, das sieht gut aus. Ach. Sag nicht, das ist kaputt, da wollte ich drauf. Das sieht nämlich sehr spaßig aus. Da ist wieder was. Ja, ist auch sehr gut. Wir steigen ein. Ja, da müssen wir nämlich auch drauf. Hallo, das ist mein Plan. Nein. Hallo. Wir gehen gerade nochmal den Parkplan durch, weil wir jetzt mal geguckt haben, was wir noch nicht gemacht haben. Und wir haben festgestellt, wir haben so ziemlich alles gemacht. Ich glaube nur noch den Dinosplash und dann haben wir es durch. Und Tabaluga. Und Tabaluga, das machen wir gleich. Das ist hier neben uns. Und hinter uns diesen Elfen-Zwing, was auch immer. Weil das sieht ganz lustig aus. Ihr habt da so einen Bügel und je nachdem, ob ihr den... Bügel nicht. Also eine Alterung über den Paragliden und egal, ob ihr jetzt nach vorne geht oder nach hinten. Das geht dann entweder nach oben und unten. Und je nachdem, wie schnell du es nach deiner Masse wackelt es dir schon nach außen. Und deshalb schauen wir mal, ob wir einen Überschlag hinbekommen. Geht der noch? Nein. Du bist hier in der Kinderwelt. Aber auf jeden Fall, was wir sagen müssen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Freizeitpark einfach im Wald gebaut wurde. Weil hier ist es so grün. Hier ist es so schön. Ich habe seltenen einen Park gesehen, der so schön angelegt ist. Auch sehr gepflegt. Sehr, sehr viel Thematisierung. Also ich bin sehr positiv überrascht. Wir sind jetzt zweieinhalb Stunden im Park. Das heißt, ich glaube selbst wenn es voller ist, heute ist es ja nicht voller Grün, was Sonntag haben. Bei schönstem Wetter. Vier, fünf Stunden bis hier durch. Also du kannst auch mal hier gemütlich hin. Ohne dann erst abends um eins zu schön aufzukommen. Ja, oder wie findest du es bisher? Also super. Total. Positive überrascht. Genau. Also wir gehen gleich wie gesagt noch mal zum Dino Splash. Machen vorher noch Tabaluga und den Swing. Und dann gehen wir noch mal nach hinten durch. Da ist nämlich so ein Wasserspielplatz, den du entdeckt hast. Und dann gehen wir noch mal eine Runde zurück. Nehmen wir noch mal ein Skyscreen mit. Dann müssen wir mal gucken, ob wir diesmal die 20 Überschläge bei dem Skyfly schaffen. Und dann natürlich noch 31 Mal Expedition Reforce, bis es dann für uns weiter geht. Dann geht es nämlich auf Licht und Karlsruhe, wo wir übernachten werden. Und morgen sind wir dann in Rulantica. Einen kamerafreien Tag genießen. Und danach sind wir drei Tage im Europapark. Und dazu gibt es dann nämlich auch den dritten Teil unserer Sommertour. Und ja. Jetzt machen wir aber hier noch ein paar Sachen. Nehmen wir euch natürlich. Auf zum Tabaluga Coaster. Yay! Yay! Redet nicht mit mir. Tja. Ab hier. Was hast du ausgenommen? Tja. Ab hier. Ab geht's. Tabaluga, unser Freund. Führ uns in die Höhle rein. Ja. Oh. 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 Hi. Kickstart Jugendliche. UPmenschen. Wieiiiihihiihi. Ah. Wie cuales. Oh. Uuuch. Wie Duckweller. Dein erstes Mal Tabaluga-Achterbahn. Ja, schön hart. Und sogar recht rasant. Und die Kurven nimmt die ganz gut mit. Also für eine Kinder-Achterbahn ist die schon recht intensiv. Schön thematisiert wie die ganze Halle hier. Und jetzt geht es glaube ich direkt zum Elfen-Swing. Oder wie das Ding heißt. Ich bin gespannt. Den machen wir. Ich verstehe es noch nicht. Ja, ich glaube wenn du diese Stange vor uns nach hinten drückst, geht das Ding hoch. Und wenn du sie zu dir ziehst, geht das Ding runter. Und je besser wir das machen, desto mehr schaukeln wir. Zu uns ist es also nach oben. Boah, es hat ja ordentlich Speed. Und ab geht's. Und jetzt eins, zwei, wieder hoch. Ziegenpeter. Ja, Heidi. Wir haben die Elfenfahrt überlebt. Den Elfen-Shaker. War ganz lustig, ne? Ja. Achso, wir müssen hier wieder durch den Shop raus. Also muss man sagen, auch so Kinderattraktionen sind doch alle recht schnell. Lustig. Ja. Ich glaube hier in, wo sind wir ja Rheinland-Pfalz, da mag man es, wenn es ein bisschen mehr Action hat. Ja. So, ab in die Sonne. Ja. 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 Okay. Ja, ja. Ja. Na ja. Ja. Ja, ja. Cooler, was hast du gefunden? Ja, das war so, das war so. Nein, natürlich nicht. reiten auf das machen selbst die großen mädchen ein viel folter wach guck mal hier parkt schon wieder ein auto zack schnolle wenn man hunger hat kann man hier zu restaurant maria sieht alles echt sehr schön aus der liebe voll mein gott ich komme mir vor als wäre ich fünf zentimeter groß und stehe hier in diesem blumenbeet flippt beliebt bei jung und alt heidewitzger hier sind mehr erwachsene drauf als kinder das ist ja auch eher unsere zeit als die der heutige flieger unsere zeit oder unser ride beides natürlich ich glaube die leute stehen hier mehr für die wasserpistolen an als für den dinosplash das ist aber auch unfair wenn du so schon verschont wirst dann kriegst du hier die polenfahrten von dir ja das haben wir jetzt auf der liste mal gucken wie nass wir werden obwohl gerade würde ich mich über eine abkühlung sehr freuen ja es ist gerade schon sehr warm ja sara hat bock auf wasser los geht's das sagt wie wäre ich werde nicht nass wie werde ich nass ich werde nicht nass mit durch bei bei mit bei Bis zum nächsten Mal. Jetzt sehen sie, Sarah, noch tocken. Und hier sehen sie den Mannin noch tocken. Das ist alles gut. Wollen wir mal gucken. Noch geht's, aber guck mal, was da jetzt kommt. Was denn? Was kommt denn? Oh je, oh je, oh je, oh je. Hast du es abbekommen? Nein, hast du nicht? Ja, doch, so ziemlich. Oh, shit. Was war das denn? Da kann man auch einfach mal Pech haben. Oh je, alter. Eine sehr rasante Fahrt bisher. Oh, Gott. Guck mal, ein Rotzotraperix, oder wie die heißen. Hast du ja nicht Rotzotraperix? Ich kann das unter die Belle. Achso. Ei, ei, ei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, läuft. Ich hab's verdient und ich hab's ja auch gewollt. Mensch. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, da kommen die Schweine. Hier waren alle nass. Oh Gott, oh nein, oh oh. Oh nein, oh nein. Ach du Schande. Nein, tu das nicht. Nein, oh. Oh Gott, oh. Oh Gott, oh. Wir wollen getroffen. Wie könnt ihr sagen? Wir haben's geschafft. Naja, so nass bin ich jetzt nicht gewonnen. Ich glaub, Sarah, du auch nicht so richtig, ne? Ich hoffe, mir mehr erhoffen sie. Ah ja. Egal, so eine kleine Abkühlung war's doch. Und rasant war's allemal. Das ist auf jeden Fall. Ich sag doch, er sand war's. Sarahs Hose ist richtig nass. Ja, aber das sieht man ja nicht. Au. Entschuldigung. Trotzdem ist Sarahs Hose nass. Also wir sind nass geworden. Und wir hatten Spaß. So, wir hatten Spaß. Sehr cool gemacht. Vor allen Dingen, weil hier ja gar nicht mehr so viel Platz ist. Das ist hier quasi einfach mitten in den Park reingeflastert. Super thematisiert. Passt auch top. Also muss ich sagen. Sehr cool. Na, hier ist keine Geisterrickscher. Wie hieß das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie Burg Kunibert oder so. Wenn ihr noch wisst, wie diese altertümliche Fahrt hieß, schreibt's doch mal in die Kommentare. Denn hier, wie man schon sieht, an dem ganzen Facts und so für den Umbau. Hier kommt ein Schlümpfe-Darkride rein. Bin ich sehr gespannt, wie das Ganze wird. Und sieht man was? Ich glaube, wir haben das vorhin in der Eröffnung. Genau, Burg Falkenstein hieß das Ganze. Da habt ihr es. Und 2024, also im nächsten Jahr, eröffnet die Bahn neu mit dem Themen der Schlümpfe. Wir haben eben gerade einen kleinen Tipp bekommen. Und zwar ist ja jemand gerade vorbeigegangen und hat gesagt, ihr müsst hier klopfen. Ist Gargamel zu Hause? Hört mal hin. Mein heiliger Klar, das Gold, am Ende eines schrägen Wuchs, die furchsamste Zauberzutat der ganzen Welt. Mein Klar ist ein halbfach. Schlugfaust finden, alle Schlümpfe fangen, ihre magische Sensor zerfluten. Und endlich werde ich mit Hinsen ihrer Magie der mächtigste Zauberer der Welt. Ist das cool? Das ist doch die beste Werbung, die ich je gesehen habe, oder? Top. 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 Guckt ihr diesen Turm an, also ohne mich. Da ist mal ein richtig großer See. Vielleicht machen die da sogar mal Shows, weil da hinten ist noch so eine Bühne. Ja, hier ist noch so ein großes Ding, AG-Schnitt drauf. Ah, hey, wir kommen gleich wieder. Wir kommen gleich. Jetzt schauen wir aber hier noch mal kurz. Der Wasserspielplatz. Ganz gut versucht, ich versteh das gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist echt gut was los. Willst du auch, Sarah? Ja, ist schon cool. Da sind also sogar auf dem Turm, sind also auch Erwachsene drauf. Komplett gemischt, alle in Badeklamotten. Warten wir wohl bis morgen Volantiker, ne? Ist auch cool. So, jetzt haben wir den ganzen Park ja immer gesehen. Da vorne steht noch eine unserer Lieblingsachterbahnen, die wir schon gefahren sind. Skyscreen. Ich würde sagen, wir machen uns langsam Richtung Parkausgang. Und nehmen dann nochmal die Sachen mit. Skyscreen. Dann unsere Flugschule da hinten. Und ja, G-Force kann ich da auch nicht fehlen. Und dann melden wir uns nochmal mit einem kleinen Fazit, wenn wir am Ausgang sind. sch knapp commodity 45 intensive zu entwickeln. Ok, fifty Kids. So, es ist ja atties rum. Aber am ehem im Tobi governo von Wizards.. Und das ist der wir besser hier both. Ja, wir sehen uns jetzt vielleicht definitiv noch ein Fahrrad. Ich bin und Vorschläge dabei. Und wie hat sie verbiere. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da sind wir ein letztes Mal, die Sarah und ich. Guten Tag. Wir sind gerade auf dem Weg zum Auto. Ein sehr schöner, sehr warmer Tag im Holiday Park geht zu Ende. Unser erstes Mal. Und was soll ich sagen? Ich muss mich, glaube ich, beim Holiday Park unterschuldigen. Ne, entschuldigen. Ich glaube, ich habe den Park massiv unterschätzt. Also das, was hier in Achterbahnen steht, gerade für große Kinder, ist einfach mal richtig intensiv. Also beide Bahnen machen richtig viel Spaß. Die Kinderachterbahn Tabarduga ist auch total spaßig, schön gemacht. Generell, Thematisierung, du siehst hier nicht einen Fleck, der nicht thematisiert ist. Und das ist also absolut Efteling-Niveau. Hätte ich nicht gedacht. Ja, krass. Und dein Fazit? Was hast du da so? Ja, echt richtig schön. Deutlich besser als gedacht. Also ich habe jetzt keine schlechten Gedanken. Ich habe jetzt keine schlechten Gedanken. Nein, aber ich habe halt eher so Kinderpark, habe ich halt gedacht. Aber die Achterbahnen sind halt schon richtig krass. Ja, die Achterbahnen sind halt schon richtig krass. Ja, die Achterbahn, also Skyscream, sehr lustig. Und G-Force, Heidewood Sky-Capitän. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Karlsruhe. Haben also auch nochmal 45 Minuten. Werden dann da übernachten und morgen machen wir One Day Off in Rust in Rulantica. Gehen da ein bisschen schwimmen, ein bisschen Seelbaum lassen, damit wir danach nämlich fit für euch sind. Weil wir sind drei Tage im Europapark. Freuen wir uns schon tierisch drauf. Sarah war da auch noch nicht. Also Sarahs Parkbesuche während dieser Tour sind alle jungfräulich. Europa-Park war ich ja schon zweimal. Und danach geht es dann nicht noch nach Tripsdrill, Deutschlands ältesten Freizeitpark. Da bin ich auch noch jungfrau. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ich bin gespannt, was kommt. Ja, schaltet auf jeden Fall ein. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keines dieser Videos mehr verpasst. Und wenn euch das alles gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Like da lassen. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bye! Bis zum nächsten Mal.